Icons oder Heroes in EAFC24 Jeder neue Teil der FIFA-Reihe bringt neue Icon-Karten mit sich, daher schauen wir uns heute mal mögliche neue Spieler an. Sergio Cun Aguero hat das wohl bekannteste Last-Minute-Tor der Geschichte erzielt, um dem Stadtrivalen Manchester United die Premier League zu stehlen. In 275 Premier League-Spielen gelangen ihm 239 Scorer. Der nächste Spieler hätte 2013 den Award für den Weltfußballer des Jahres verdient. Dies wurde ihm jedoch verwehrt. Ribery war im 1-gegen-1 nicht aufzuhalten. Sein kongenialer Partner Robben, bekannt durch das Innenziehen von der rechten Seite und den Abschluss ins lange Eck, steht aktuell ebenfalls zur Debatte. Wesley Snyder gilt für viele als einer der besten Mittelfeldspieler seiner Generation, sodass eine Karte in EAFC auf der Hand liegt. Seine präzisen Pässe und Weitschüsse waren ein Augenschmaus. Sind diese Spieler eurer Meinung nach?